Oh, weiter geht's. Lass uns hier reingehen. Weil hier waren wir noch nicht. Achso, das sind nur leere Fackeln. Boah, haben wir ziemlich viel Zeug drin. Was haben wir denn? Tinderbox Drillpart. Oh Gott. Ich glaube, der sieht mich. Oh, wenn man zu lange auf Gegner Oh, scheiße. Wenn man zu lange auf Gegner guckt, kostet das Sanity Wild. Habe ich auch nicht gewusst. Aber da haben wir irgendwie einen Bohrer. Wofür auch immer dieser Bohrer ist. Muss ja hier raus, ne? Wohin mal der jetzt gerade ist. Jetzt habe ich hier schon zwei Türen auf. Ah, okay. Hier. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Maschinen-Parts. Ah, okay. Hier hinter sind also die Maschinenteile. Mocker, Paul. Beide wieder da? Ja. Torsten, ne Bett. Sauber. Das beiseite. Gut. Hier ist auch ziemlich dunkel, ne? Machen wir mal hier so ein Ding an. Hier ist auch eine Tür. Bistur B. Ja, Bistur B. Hier sind, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas Besonderes? Nur das Teil hier? Ja, immer. Ähm. Boah, ich würde sagen, vielleicht noch eine halbe Stunde. Guck mal, hier haben wir noch ein Teil. Drill Part. Oh, das kann man zusammen kombinieren. Halbe Stunde würde ich mal behaupten. Hä? Achso. Ah, okay. Ich muss erst alle Teile finden. Ich muss erst alle Teile finden. Vorher kann ich das nicht zusammenbauen. Passt noch nicht alles zusammen. Steht da drauf? Primary. Okay. Hier war auch noch eine Tür, ne? Vielleicht finden wir hier noch was. Ah, nochmal ein Buch hier. Ah, Zettel und... Ja, auf jeden. Alexander. Was für eine explosive Mischung sollen wir hier zusammenwühlen? Oh, wie habe ich das hier verstanden? Ne, ich denke mal noch eine halbe Stunde noch eben und dann... Ach, guck mal hier. Was haben wir hier dann noch so liegen? Hier ist nur noch so ein Teil. Hier ist auch noch eine Tinderbox. Ich habe immer das Gefühl, wir machen relativ wenig Kerzen an. Oh, Laudanum. Aber trotzdem haben wir immer... Sind wir immer knapp mit... Mit den Ried stecken, ne? Ein Teil fehlt uns noch. Von dem Bohrer. Leider Gottes. Ah, da. Kann man sagen. Irgendwie fehlt hier noch ein Teil. So, mal gucken, ob das jetzt alles zusammenpasst. Jawoll. Wir haben so einen Bohrer. Was auch immer wir mit dem Bohrer machen können. Hm. Da kann man nicht reinbohren. Ah, das bringt mir... Die Sanity verliere ich. Hier war ich drin. Ja, hier war ich drin. Nur, dass die Tür wieder zugegangen ist. Warum auch immer. So, und lass uns hier mal wieder hoch. Ich würde sagen, wir machen den Elevator noch im Fertig. Ich kann mich da wohl... Und Batsch. Was bedeutet Batsch auch noch? Bewegt sich nicht, ne? Aber lässt sich nicht öffnen. Hm. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie... ...sehen, dass wir da durchkommen. Ah, warte mal. Irgendwas sagt der doch vorhin, ähm... ...dass das explodierend ist. Zack. Genau. So, und jetzt nehmen wir die... ...den. Auffüllen. Zack. Stand doch gerade auf dem Brief, dass das, ähm... Scheiße, ja, ich hab kein Ding jetzt mehr. Ja. Oh. Er wird wieder... ...so langsam... ...panisch. Ja, du... ...Cherry Cola bin ich auch tatsächlich gar nicht so der Fan von. Ich weiß gar nicht. Ich dachte auch immer... ...es gibt nicht so viele, die das kaufen. Aber scheinbar... ...ähm... ...gibt es ja doch noch sehr viele, die, die, die das, ähm... ...die das gerne trinken. Aber... ...ich bin da nicht so der Fan von, tatsächlich. Aber irgendwas... ... ... ...muss ich da noch irgendwas machen? Muss ich da vielleicht irgendwas hinschmeißen? Ja. Vielleicht kommen wir damit auch... ...scheiße, jetzt haben wir nicht mehr so ein Gefäß, ne? Scheiße. Sonst hätten wir auch das... ...benutzen können, um... ...in den anderen Raum reinzukommen. ...isst ihr noch? Wo stand, wir sollen einen anderen Weg suchen, um... ...um in die Dingens reinzukommen. Scheiße, ich hab kein... ...Ding mehr, ne? Ich hab... ...Sanity ist gleich low hier... ...wegen diesem Drowning. Ich hätte... ... ... ... ... ... ...wer ist diese Frau, die da spricht? Irgendwie... ...Licht. ...Licht brauchen wir. Wir bräuchten eigentlich irgendwie im Teil, dass wir wieder Dingens auffüllen können. Unsere Lampe wieder auffüllen können. Das... ...wär auf jeden Fall Deluxe. Ja, normale Cola ist... ...saved immer die beste Wahl, tatsächlich. Sehe ich genauso. Auch wenn ich ja viel... ...viel Wasser trinke. Ähm... ...aber sehe ich das auch immer genauso, dass... ...ähm... ...normale Cola ist halt beste. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mag's auch gerne mal so zum Essen oder so. Mal eine Cola trinken, ne? Wäre keiner, der zum Essen mal irgendwie ein Bier trinkt oder so, ne? Vielleicht Weizen, ja. Weizen gerne. Aber sonst... ...ähm... ...überhaupt... ...überhaupt gar nicht. Ne, auch nicht. Cola-Vanille bin ich auch kein Fan von. Also wie gesagt, Cola-Vanille... ...Cola... ...Cola... Ähm... ...Cherry-Cola... ...da kannst du mich mit jagen. Wirklich. Wie lieber eine normale Cola. Hm. Hier ist ein Messer. Was damit geht, check ich irgendwie nicht. Oder ist es auch einfach nur... Ach, Gott sei Dank. Dass wir Öl gefunden haben. Damit wir endlich hier die Dinge jetzt auffüllen können. Diese Ohr-Lampe. Sonst wäre es auch schlimm gewesen. Tatsächlich. Hauber. Streichhölzer. Nochmal Streichhölzer. Ich hätte gerne noch mal so ein Gefäß. Um zu gucken, ob man diese Explosions... ...ääh... ...Sachen auch... ...mit dem anderen Ding machen kann. Hier ist nix drin, oder? Ne. Ne. Hier ist nix. Aber da war vorhin mal ein Gegner drin. Oh, der bringt die um. Los, wer war diese Frau? Oh Gott. Was ist jetzt? War brand. Cool. Oh, das sind die Dinger, die in die... ...unless it's obviously necessary, always use spare roads in the storage before using a mended one. Alles klar. Gut. Also ich habe mir jetzt immer mal das Ziel gesetzt, dass ich unter der Woche keine Cola trinke und auch generell weniger Süßzeug. Dafür darf ich dann am Wochenende einzige Ausnahme bei einem anderen Essen feiern. Oder wenn ich im Restaurant oder in einer Dönerbude was esse. Ja, das ist doch ein guter Vorsatz, tatsächlich. Das kann man doch gut machen. Das sehe ich gar nicht verkehrt. Wie gesagt, ich bin auch nicht mehr so derjenige, der da immer... Ist klar. Aber okay, ich trinke auch viel Energy, ne? Ich rede mir auch einiges schön. Muss man auch dazu sagen. Ähm, gut. Also. Wir haben nur zwei. Und er sagte, wenn man keine drei hat, ist immer einer noch im Studienraum. Dann lass uns da noch hingehen in den Studienraum und da nachgucken, ob da noch einer ist. Nur bräuchte ich noch ein Behältnis, um... Wir haben kein Behältnis mehr. Um vielleicht noch ein bisschen... Oh Gott. Gleich hier. Ich renne einfach vor dem weg. Oh Gott. Ja, warte hin, nu. Wer kommt da? Ich werde weg. Hallo Benni, komm rein. Komm schnell, komm schnell, komm schnell. Komm schnell rein, Benni. Komm schnell rein, bitte. Ist gerade sehr ungünstig, Kollege. Wild. Wildhage. Fl Knox. Lauf. Backhaul. Wilderemos. Wildest. Entschuldigung. Das war sehr laut, oder? Buss. Ach, unter der Woche tränke ich eh keinen Alkohol. Warum liegt hier jetzt was oben drauf? Das war vorher noch nicht, dass diese Figur hier oben drauf lag. Die gehört da nicht dazu. Gut, wir müssen also nochmal in den Studentenraum. Weil da soll immer noch einer liegen. Ja, safe, klar. Man hat ja auch wohl mal Tage, wo man sagt, boah, Pinnas. Ne, die ganze Woche. Irgendwie, warum wispert der hier? Das fängt ja auch schon mal auf Englisch an zu reden. Ähm, pass auf. Äh, genau. Unser Buch. Wie kommen wir an unser Buch? Genau, das war... Find another way around the rubble in the study. Memories. Okay. Diaries. Notes. Genau, note, that there are only two spare roads left in the storage for the elevator machinery. Make sure to only discard the ones which are badly damaged and keep the others in the inner study rooms in case all three would crack again. Gut, alles klar. Das heißt also, wir haben da nur einen Versuch, oder was? Wo sind die wohl? Wir müssen hier irgendwie an diesem Rubber vorbei. An dem Stuff da. Hier kommen wir ja... Hier ist ja... Sackgasse. Aber sowas von Sackgasse. Das haben wir ja schon ausgecheckt. Wir müssen hier irgendwie an diesem... Rubber vorbei. Hier müssen wir irgendwie dran vorbei. Ich dachte ja, man kann das auch wegsprengen hier. Das war ja so meine Vermutung. Aber irgendwie nicht. Warum müssen wir in die Richtung? Und in diese Richtung? Hey, da ist irgendwas in den Tieren, hat der doch gesagt, ne? Irgendwas war doch in den Tieren drin, sagt er ja doch die ganze Zeit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie ein Tier verbrennen müssen. Weg! Das ist ein Zeug hier. Alter. Weg! 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 Und das Bild hier irgendwie wegmachen, ey. Hm. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch tatsächlich gerade. Weg! Komm! Und das weg! Scheiße! Uh! Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-poos. Purpose. Purposing. Weg! wie kommen wir an dem rubber vorbei was ist das eigentlich bin den habe ich noch gar nicht gelesen ach das ist unwichtig und das ist eine balance und das was in diesem sich drin und da mal rein so kommen wir rennen nieder das ist auch nichts aber man merkt mir macht es geben spaß wenn man so renne ich auch hier wie kommen wir denn an diesem braver ding da vorbei ich dachte das könnte man auch explodieren lassen aber scheinbar nicht sollen bilder stehen hier alle falschrum kann man auch nichts mitmachen god no please no hier liegt noch öl auch nicht gesehen hey das window ist kräckig sieht man ja mehr so im stuhl deswegen haben die auch da ach deswegen haben die da auch das zeuchen gemacht oh hier moin oh da sind wir yes so jetzt muss hier noch ah guck mal was haben wir hier denn noch das ist wenn i will when will it be my turn have i not shown restraint my patience spans centuries from where i came mankind is not even waste a breath yet i blow to you i have done so much for you and i have gained nothing in return agripa i trust you i was it was i who in all fairness should have enthralled that gate also wer ist diese agripa und er hat so viel gegeben und nichts von ihr zurückbekommen wer ist diese brau oder ich gehe mal davon aus dass sie eine frau ist ich glaube achso das ist der stuhl den ich hier verwegt habe so weg ha das ist sehr dunkel hier guck mal ich sehe ja gar nichts so hier ist noch einer the elevator breaks down again make sure to use the steam engine to build up pressure before changing into the machinery ja das haben wir ja gemacht adjust the levers to get the right amount of pressure inside the chamber the meters should read up eight and down eight okay make sure the flow is set according in the flowing chart trinity steam center ah make sure the flow is set according to the following chart also das ist die reihenfolge oder was gut alles klar dann haben wir ja das das ist ja schon mal sehr gut ähm das dc habe ich aber gleich noch naja habe ich gut dann können wir ja hier noch im gucken dass hier noch zwei von diesen stick dingern drin sind hier ist noch so ein viech ach wir haben keinen sanity weil das licht aus ist cool jetzt habe ich hier das licht angemacht für nothing eigentlich weil wir wieder abhauen gut alles klar dann würde ich sagen gehen wir noch einmal zu unten zur maschine setzen die teile rein so was ist da unten los oh gott zack hü dann sind wir heute auch schon weit gekommen soll ich jetzt wer agripa ist ähm das ist auf jeden fall irgendwie eine wo er auf jeden fall ein bisschen mehr interesse drin hat oh jetzt kommt hier aber mal blut raus ja kannst du machen eigentlich aber kannst du auch für das nächste mal aufspannen dann sagst du das nächste mal ein bisschen spannung muss ja noch sein so ab in den maschinenraum so wir müssen ab 8 haben und down 8 sagte er doch ne das heißt also wenn wir hier 5 hoch machen und 3 hoch und hier ein 5 runter ein 2 runter und ein 1 runter sauber haben wir das schon mal dann ach scheiße hier geht es nur in die Halle scheiße sorry sorry hier wieder rein auf die schnelle noch ne Pilsch-Frikadelle gut den hatten wir der läuft steady durch der Flow dann die 3 Dinger rein ach geiles Game bisher ne boah wirklich die 3 Hyopines hier rein ich habe gerade auf den plastischen Controller geguckt welche Farbe welche X ist blau das wusste ich aber Dreieck ist grün ah die sind drin genau es müsste doch egal sein wie rum die drin sind oder eigentlich also welche Farbe welche ist oder so probiere aus hier da ist genug drin ich ouais so wie das ist es richtig it's going very good but we are we now need to go pick up cycle ah zirkel ah warte mal wait a minute ah what ah okay four phase das ist dann wohl dieser würde ich behaupten cycle trinity trinity ist das das dreieck oder und das ist das grün yes yeah the game is great and yes we are doing it great and now we have to start the machinery and then let's have a look how yes the elevator is going right now nice so, damit haben wir den Fahrstuhl aufgestartet so more passion ja ui ach wir müssen da raus glaube ich ja hier ist der Ausgang yes so, was jetzt? Junge was ist hier los ey? fahrstuhl muss laufen jetzt ich hab keinen bock hier noch irgendwas zu vergessen ne, hier ist nix I see nothing yet so, dann mal nach unten würde ich sagen so, dann lassen wir mal nach unten fahren und dann würde ich sagen hat sich's für heute erstmal das geht immer so schnell ne schnell kann ich halt nicht lesen oh, hallo, wollte ich da nicht noch runter fahren, wollen wir noch runter fahren? ja, es ist international we are international ho 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 ho, international Wir sind unten Aber ich glaube, er hatte nicht mehr so viel Bock zu chatten Gut